Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und zwar möchte ich heute einmal wieder über die ein oder andere Transfer-News rund um Hertha BSC sprechen und ich möchte auch leider über den Abgang von Hertha BSC weg sprechen und zusätzlich möchte ich noch einmal über die aktuelle finanzielle Situation bei der Hertha sprechen und wie wir hoffentlich den Kader demnächst strukturieren können. Bevor ich damit loslege, nochmal der kurze Hinweis an euch. Abonniert diesen Kanal und machen in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da und vergesst dich, morgen gibt es tatsächlich schon die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals, die werde ich natürlich auch wieder in Form eines Watchalong-Stream und ich würde sagen, starten wir rein mit der heutigen Ausgabe der Hertha BSC News. Fangen wir mal an und zwar geht es zuerst um Niklas Stark. Niklas Stark ist ja ein Spieler bei uns, der jetzt mittlerweile sieben Jahre hier ist. Er ist zu uns gewechselt, als er 20 Jahre alt war und jetzt ist er 27 Jahre alt und wird den Verein ablösefrei verlassen und ja, er wechselt höchstwahrscheinlich zum SV Werder Bremen. Der Wechsel steht so gut wie fest und zwar ist Niklas Stark bereits heute an der Geschäftsstelle von Werder Bremen gesichtet worden und auch Werder Bremen hat bereits auf dem Social Media Account die ein oder andere Ankündigung gemacht, dass Niklas Stark fest dorthin wechseln wird. Und ich bin ehrlich, ich finde es absolut schade, dass wir natürlich jetzt so eine Identifikationsfigur verlieren, aber es ist ein wichtiger Schritt für ihn. Er wollte schon immer jetzt mal langsam den Verein wechseln. Er wollte, er braucht diesen Tapetenwechsel und den hat er bereits schon vorher angekündigt und das ist logisch, dass er genau diesen Schritt gewagt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde Werder Bremen ist ein Verein, der zu ihm gar nicht passt. Ich finde, er braucht nicht diesen Verein, der erneut wieder in den Abschiedskampf gerät, sondern er braucht eigentlich schon einen Verein, der möglicherweise auf die Europa-League-Plätze schielt. Und deswegen finde ich das eigentlich schade, weil auf Basis dieser Erkenntnisse hätte man eigentlich Niklas Stark auch gerne behalten können. Aber man muss grundlegend sagen, mit Niklas Stark verlässt uns ein Innenverteidiger. Und mit Derek Brehata, Linus Gechter haben wir bereits zwei weitere Innenverteidiger, die durchaus auch auf der rechten Innenverteidiger-Position spielen können. Und mit Mark Auerbach-Kämpf, Jordan Turner-Rieger und Martin Dardai haben wir drei weitere Innenverteidiger, die stand jetzt auf der linken Innenverteidiger-Position, ja, die Position bekleiden können. Und wenn wir darauf achten, können wir schauen, dass wir momentan ein Überangebot in der Innenverteidigung haben und dass es daher sinnvoll ist, Niklas Stark gehen lassen zu haben. Wobei ich das natürlich sehr schade finde, dass er ablösefrei wechselt. Aber ich denke mal, das wäre nicht so schlimm. Man muss sich natürlich bei Niklas Stark bedanken. Er hat 199 Spiele für Hertha BSC gemacht, hat in dieser Saison auch wieder die Mannschaft teilweise als Kapitän angeführt, war eine Identifikationsfigur für uns Fans und war wahrscheinlich auch der Mann, der in guten und schlechten Zeiten immer alles für den Verein gegeben hat. Und ich finde es schade, dass er nun weg ist. Aber wir haben Ersatz bei uns im Kader, das ist nicht dramatisch. Und dieses Geld, was wir dadurch natürlich jetzt kriegen, das heißt, die Einsparung der Gehaltskosten müssen wir jetzt reinvestieren in neue Spieler auf anderen Positionen. Und dort muss man ganz genau drauf achten. Und zwar, ja, neue Spieler, da soll direkt mal einer kommen. Und zwar, ja, hat Hertha BSC offensichtlich Interesse an Filip Kovinovic. Ich denke mal, hierbei handelt es sich eher um nur ein legendes Transfergerüst, denn hier kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir einen Spieler verpflichten werden, der momentan bei, ja, Hajduks mitspielt. Und zwar in Kroatien, in der ersten kroatischen Liga. Ist 26 Jahre alt und ist grundlegend ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Achter, beziehungsweise teilweise auch ein Sechser. Das heißt, er ist ein Mittelfeldspieler, hat Vertrag bis 2024 und wird uns eine Ablösesumme rund um 3 bis 4 Millionen Euro kosten. Und wenn man mal schaut, berichtet das kroatische Medium von Interesse von Hertha BSC und weiteren Vereinen. Und, ja, Dinge, die dafür sprechen, dass wir ihn verpflichten, werden unter anderem, ja, die Beziehungen von Freddy Bobic in die Oststaaten. Das heißt, natürlich zum einen nach Kroatien, denn er ist ja selber auch Halbkroate. Und das könnte möglicherweise einiges erleichtern und dann natürlich auch noch, muss man eben sagen, die geringe Ablöse. Man muss sagen, er hat in dieser Saison für Split gespielt in der ersten kroatischen Liga und hat in dieser in 27 Einsätzen 5 Tore und 6 Vorderungen gemacht. Sein Spielstil ist, wenn man dem mal darauf achtet, ähnlich, ja, wie Andrej Duda, würde ich fast sagen. Sehr spielintelligent, natürlich aber auch abschließsuchend, offensiv orientiert. Fände ich rein theoretisch ein wichtiger Spielertyp, den wir bei uns im Kader brauchen. Er würde zu der neuen Taktik von Sandro Schwarz passen, denn Sandro Schwarz, ja, präferiert ja bei seinem System immer dieses 4-3-3 offensiv oder ein 4-1-4-1 und dort wäre genau, ja, sein Spielstil sehr gut passend. Das heißt, rein theoretisch würde er zu uns passen, aber er kriegt auch noch Interesse von anderen Vereinen zugesagt. Er ist bereits 26 Jahre alt, der würde Ablöse kosten. Möglicherweise sollten wir den Fokus auf andere Positionen legen. Es ist eine Alternative, aber ich glaube nicht, dass wir schlussendlich diese Alternative verpflichten werden. Ich bin gespannt, wie sich Freddy Bobic in den kommenden Wochen entscheidet, denn es ist natürlich auch wichtig, dass wir Spiele verpflichten, die zur Philosophie von Sandro Schwarz passen. Denn Sandro Schwarz soll dieses 4-3-3 offensiv bei uns in den Kader integrieren. Das, was wir bereits schon in unsere Jugendabteilungen überall integriert haben. Und ich bin gespannt, wie wir in den kommenden Wochen und Monaten Transfers tätigen. Die werden natürlich entscheidend sein. So, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Thema des heutigen Tages. Und zwar geht es um die Verluste von Hertha BSC während der Corona-Saison. Und zwar hat die DFL eine Statistik veröffentlicht, die natürlich für die Vereine der 1. und 2. Bundesliga die Verluste darstellt. Und Hertha BSC hat den größten Verlust nach Steuern in der deutschen Elite-Liga festgelegt. Und zwar hat Hertha BSC während dieser Corona-geplagten Saisons 77,9 Millionen Euro verloren. Das heißt Verlust gemacht. Danach ist übrigens Borussia Dortmund an zweiter Stelle. Die haben 72,8 Millionen Euro plus gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr dramatisch. Wir haben jetzt in den letzten Jahren verdammt viel Geld verloren. Und wir haben zusätzlich nicht nur momentan eine kritische finanzielle Lage. Sondern wir haben zusätzlich auch noch Altlasten, die wir abbezahlen müssen. Wir müssen Stadionmiete bezahlen. Wir haben allgemein, der Verein hat sehr viele wirtschaftliche Zwänge, die alle erfüllt werden müssen. Unter anderem ja noch restliche Darlehen und so weiter und so fort. Das heißt, möglicherweise ist es halt eben so, dass der Verein wirtschaftlich gar nicht mal so gut dasteht. So wie wir uns alle das vorstellen nach der Investition von Lars Winthorst. Wir haben natürlich noch jede Menge zu investieren. Wir müssen den Kader aber trotzdem sparsam investieren. Wir können nicht mehr so viel Geld ausgeben für Christoph Biontik oder Luka Tussard insgesamt 50 Millionen Euro. Sondern wir müssen jetzt mit Bedacht und natürlich jetzt auch mit dem richtigen Riecher investieren. Denn das Geld ist definitiv nach dieser Corona-Saison nicht mehr da. Und wären wir abgestiegen, wäre das wahrscheinlich der Super-GAU geworden. Und deswegen kann man von Glück reden, dass wir nicht abgestiegen sind. Man muss aber eben sagen, dass während dieser Corona-Saison insgesamt 15 von 18 Bundesligisten natürlich ein negatives Ergebnis aufweisen. Aber Hertha BSC sticht da schon besonders heraus. Natürlich auch wegen den hohen Personalkosten, wegen den übertriebenen Gehaltskosten, wegen einem absolut nicht funktionierenden Gehaltsgefüge. Und so am Ende braucht man sich gar nicht wundern, wenn man am Ende dieser Statistik steht. Und man muss in den nächsten Wochen und Monaten natürlich einen gewissen wirtschaftlichen Umschwung in den Verein reinbringen. Mit Ingo Schiller verlässt uns unser Geschäftsführer für die Finanzen. Und wahrscheinlich werden wir dann im Oktober, sobald er den Verein verlassen hat, uns dort auch natürlich neu aufstellen. Und hoffentlich auch einen Wandel einleiten, der unsere Finanzen nachhaltig verbessert und hoffentlich auch anstrebt. Man muss eben sagen, nur Freiburg, Leipzig und Bayern haben ein positives Ergebnis erzielt. Und wir haben natürlich nicht die Strahlkraft, wie Freiburg Kontinuität in unsere Finanzen reinzukriegen. Und wie Bayern und München und Leipzig eben nicht die Möglichkeit, ständig Geld über Sponsoren oder halt eben auch über Marketingprodukte zu kommen. Das heißt, Spannung heißt es und ich bin gespannt, wie wir uns dort in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren. An dieser Stelle werde ich dieses heutige Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Und hier in der Endcard könnt ihr euch noch ein Video anschauen, bei dem habe ich über die aktuellen Top-Jugenspieler bei Hertha BSC gesprochen. Und damit sehen wir uns auch morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, genießt diesen Abend und tschüss.